Der Song Contest! Leider abgesackt, aber wir lassen uns die Freude nicht verderben und machen ihn einfach trotzdem. Wir haben alle 41 Songs, die angetreten wären. Wir haben eine hochkarätige Fachjury und ganz Österreich bestimmt den Sieger. Und das allerbeste, diesmal darf man aus Österreich für Österreich warten. Ich bin schon gespannt, ob wir gewinnen. Der kleine Song Contest am 14., 16. und 18. April in ORF 1.